Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Tele-Stammtisch. Am Sonntag ist Bundestagswahl, deswegen von uns allen nochmal hier erwähnt. Bitte geht wählen, Demokratie ist wichtig. Das soll es jetzt hier aber auch politisch gewesen sein. Kümmern wir uns um die heutigen Filmkritiken. Wir haben ein Pottpüree der guten Laune, ja nicht unbedingt, aber der Vielseitigkeit. Es beginnt mit Helden der Wahrscheinlichkeit, dem neuen Film, der Adams Äpfelmacher, wieder mit dabei an vorderster Front, Mats Mikkelsen. Wie sich Helden der Wahrscheinlichkeit so schlägt, das besprechen Dominik, Boris und Andreas. Dann haben wir außerdem noch einen echten Leckerbissen für Fans der Kultserie Sopranos, nämlich The Many Saints of New York. Das Prequel, was jetzt exklusiv bei uns im Kino läuft. Thilo hat es gesehen, Sven ist Sopranos-Fan und fragt ihn aus, ob das sich lohnt. Garantiert, ob der Film sich lohnt, das müsst ihr dann schon selbst hören. Und abschließend wurde ich noch befragt von Max zum neuen Netflix-Film Der Vogel. Es geht um Trauer, ein Vogel, der äußerst aggressiv ist. Und dazu sind noch mit dabei Melissa McCarthy, Chris O'Dowd und Kevin Klein. Ob sich das lohnt, auch das solltet ihr euch selbst anhören. Ich wünsche euch viel Spaß und wie gesagt, geht wählen. Bis dahin, euer Stu, macht's gut, ciao, ciao. Wer das skandinavische Kino ein wenig kennt, für den sind Namen wie Anders Thomas Jensen oder zumindest Marz Mikkelsen natürlich keine Fremdlinge. Und nach Filmen wie Dänische Delikatessen, Man and Chicken und Adams Äpfel sind sie nun wieder zurück mit ihrer mittlerweile vierten Kollaboration, zumindest vor der Kamera. Und damit geht es heute um Helden der Wahrscheinlichkeit, Riders of Justice. Und auch wenn das Ganze hart nach einem Superhelden-Film klingt, ob es einer ist, werden wir vielleicht hier herausfinden. Hi, ich bin der Dom und an meiner Seite sind zum einen der Boris. Servus. Und jemand, der zwar noch kein Newcomer ist beim Tele-Stammtisch, mit dem ich aber noch nichts gemacht habe. Ich freue mich sehr, der Andreas. Hi. Hallo. Wer von euch kann uns mal sagen, worum es in diesem Film mit dem äußerst sperrigen Titel geht? Dann würde ich damit anfangen. Also es handelt sich darum, dass ein Offizier, gespielt von Mads Mikkelsen, sich im Auslandseinsatz befindet. Dort wird sein Aufenthalt verlängert. Und am Anfang läuft die Story so ein bisschen zweigleisig. Also wir erfahren einmal die Story von diesem Mads Mikkelsen, diesem Offizier. Und dann einmal die Story vom Otto. Das ist ein Mathematiker, der relativ zu Beginn auch schon direkt mit irgendwelchen, ich glaube mit einer Schule oder mit einer Universität da irgendwie im Gespräch ist. Da geht es darum, er behauptet, dass die, also es gibt keine Zufälle. Alle Sachen, die passieren auf der Welt, egal was, nach hoher Katastrophen, Unfälle und so weiter, ist alles eigentlich ein Resultat einer mathematischen Gleichung. Oder man kann es errechnen. Ja, wenn man genügend Informationen und Input erhält, kann man alles eigentlich errechnen, wann, was, irgendwie, wo, wann stattfindet, mit wem. So, jetzt denkt man sich natürlich, wie kommt dieser Offizier, dieser skandinavische Offizier mit dem Mathematiker zusammen? Ja, ganz einfach. Die Mutter und die Tochter, denen fällt das Auto aus, sie verpassen eine Bahn, sie nehmen den nächsten Zug und dort treffen sie dann auf den Mathematiker. Der bietet dann der Mutter den Platz an. Und auch nicht mal dreieinhalb Sekunden später passiert ein mega Zugunglück. Die Mutter stirbt dabei. Und jetzt geht es eigentlich darum, Mads Mikkelsen als skandinavischer Offizier oder auch Markus, im Film heißt er Markus, kehrt zurück natürlich früher aus dem Einsatz, aus dem Kampfeinsatz und kümmert sich um seine Tochter. Nennt wir es einfach mal gemeinsame Trauerverarbeitung. Er eher im Suff, sie versucht es mit allen Mitteln irgendwie, dass er sich professionell behandeln lassen sollte. Und Otto, unser Mathematiker, behauptet plötzlich, Moment mal, das war kein Unfall, sondern es war ein Anschlag von einer Biker-Gang, einer kriminellen Vereinigung, die Riders of Justice. Da gibt es dann noch zwei Kumpels von ihm, das sind alles so ein bisschen Nerds und Computer-Cracks. Einmal der Lennart und dann der Emmentaler, die helfen ihm, sie wollen das beweisen und sie versuchen dann im Prinzip Mads Mikkelsen davon zu überzeugen, dass es alles kein Zufall war oder kein Zugunglück, sondern es war ein geplantes Attentat. Das ist erstmal so die Story. Ja, ich wusste gar nicht so wahnsinnig viel über den Film, aber Anders Thomas Jensen ist für mich halt schon ein Grund, was zu gucken und erst recht in Kombination mit Mads Mikkelsen. Wie war das bei euch? Ähnlich eigentlich. Der Trailer ist mir irgendwo über den Weg gelaufen. Ich habe den dann nach zwei Minuten ausgemacht, weil wieder zu viel drin war für mich. Ich wusste aber, jetzt will ich es gucken. Ja, Boris, wie ist es bei dir? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kannte den Regisseur überhaupt nicht. Nicht mal, nein, überhaupt nicht. Also ich bin, was skandinavische Filme angeht, überhaupt nicht so bewandert. So, Jensen, wie gesagt, kannte ich eher auch nicht. Ich wusste nicht mal, dass er bei Der Dunkle Turm das Drehbuch geschrieben hatte oder mitgeschrieben hatte. Ja, lieber den Mantel des Schweigens drüber. Ja, gut, aber es ist ja zumindest mal eine Hollywood-Produktion. Ja, ja, der hat ja auch einiges wirklich in der Vita inzwischen. Also, ja. Genau, aber ich bin, jetzt erst mal vorab wegzunehmen, positiv überrascht von dem Film. Er ist ein bisschen strange für mich, vor allem gewöhnungsbedürftig. Ich weiß nicht, ich hatte das nur in Originalsprache mit Untertitel. Dito, ja. Ich muss dazu sagen, ich habe ja auch letztens erst oder vor einiger Zeit dann schon auch Der Rausch gesehen und der war auch schon im Originalton, deshalb bin ich da mittlerweile ein bisschen dran gewohnt. Und es ist interessant, Mads Mikkelsen auch mal im Original zu hören, der hier ja tatsächlich auf den ersten Blick mal eine sehr andere Rolle hat, als man jetzt so von ihm kennt. Und ich als jemand, der zum Beispiel aber eben auch Adams Äpfel gesehen hat, sieht da durchaus gewisse Parallelen. Andreas, wie ist das bei dir? Ja, definitiv. Durchaus ernster, introvertierter, als man es vielleicht aus der letzten Zeit gerade bei ihm kennt. Wer aber ein bisschen weiter zurück bei Mads Mikkelsen geht und vielleicht auch so ein bisschen an die Hannibal-Serie denkt. Der hat bei ihm immer mal so Phasen gesehen, wo er mehr introvertiert ist, mehr nach außen lächelnd und dann gibt es immer so Szenen, wo er sich zurückzieht. Und das ist hier wunderbar eingefangen. Gerade vom Nordic Noir nennt man das ja. Das wurde ja hier auch sehr viel eingesetzt. Das bedeutet im Grunde, dass man auf Studiobeleuchtung verzichtet und nur die natürlichen Lichtquellen verwendet, ganz viel. Naja, typisch Dogma 95. Ja, genau, sowas in der Richtung. Und genau das haben die hier ja auch gemacht und das passte dann in diesem Zusammenspiel, fand ich. Dass Mads Mikkelsen diesen zurückgezogenen Charakter hat, er hat genug Comic-Relief um sich herum, die das ausgleichen. Und zusammen mit dieser Technik, die man da eingesetzt hat, fand ich das sehr, sehr schön und passte sehr, sehr gut. Gut, da möchte ich mal kurz widersprechen, gerade was Mads Mikkelsen angeht. Sorry. Mads Mikkelsen, also finde ich, hat unfassbar viel Charisma, finde ich erst mal, und hat auch schon viele, viele Seiten gezeigt. Und diese, also was er spielen kann und was er in der Lage ist zu spielen. Und gerade dieses Introvertierte ist nicht gerade in den letzten Jahren das einzige Mal, dass er damit aufgetreten ist. Weil in zum Beispiel Polar, dieser Netflix-Produktion, war er auch unfassbar introvertiert. In dem neu erschienenen Chaos Walking ist er jetzt auch nicht unbedingt der gesprächigste Darsteller. Der ist aber auch nicht die Hauptfigur. Nee, nee, der ist ja der Antagonist. Ja, der hat relativ viel Text. Das ist jetzt keine zurückhaltende Rolle, würde ich sagen. Das ist halt ein typischer Hollywood-Böse. Aber dann lassen wir mich anders ausdrücken. Haller Rising. Ja, dann lassen wir mich anders ausdrücken. Die Filme, wo er ziemlich im Fokus war und wo sehr viel Publikumsaufmerksamkeit war. Ja. Ja, okay. Also, was so der typische Kinozuschauer mitbekommen hat, wo er mitgespielt hat. Also, für mich ist es tatsächlich nicht so eine typische Rolle von ihm. Und jetzt zum Beispiel anders als in anderen Jensen-Filmen ist es eine tatsächlich, ja, fast schon grobschlechtige Performance von ihm. Die aber trotzdem immer noch schön ausgewogen ist. Und was mich tatsächlich bei diesem Film überrascht hat, dass der ungewöhnlich emotional ist tatsächlich. Also, selbst wenn anders Thomas Jensen-Film, der ja einen sehr eigenen Humor hat. Man denke nur an Adams Äpfel. Aber das hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, dass für mich manchmal so die Elemente in dem Film nicht ganz so harmonisch ineinander geflossen sind, wie man das zum Beispiel von anderen vorherigen Kollaborationen von beiden kennt. Andres, wie siehst du das? Habe ich heute so nicht empfunden. Mich hat der Film ziemlich reingesaugt durch diese emotionale Komponente. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte zwischenzeitlich das Gefühl, es gibt irgendwann so einen John-Wick-Moment, wo dann auch der Film sich komplett dreht in eine Action-Richtung, was aber nicht so explizit passiert. Es gibt durchaus nervenaufreibende Momente in diesem Film. Aber nicht so krass daher. Nee, habe ich nicht so empfunden. Boris, wie sieht es bei dir aus? Hast du das gehabt? Ganz ehrlich, ja. Ich sehe es genauso wie Dom. Gerade auch, was den Titel angeht. Dieses Helden der Wahrscheinlichkeit. Vielleicht hätte ich doch lieber einfach nur den Originaltitel Riders of Justice genommen. Weil gerade diese Idee, die dahinter steckt, ja, dass im Prinzip es nicht, es gibt keine Sache auf der Welt, die aus Zufall passiert, ja, dass alles vorhersehbar beziehungsweise berechenbar ist. Das geht sehr schnell, obwohl es am Anfang unfassbar triggert, sehr schnell verloren. Das hat spätestens nach, glaube ich, so einer halben Stunde hat es überhaupt gar keine Bedeutung mehr. Und das finde ich eigentlich gerade bei dieser Kombination aus einmal so einem Hammer-Soldat hier von der Special Forces, den Mads Mikkelsen darstellt, der ja massive Probleme hat mit der Erziehung, der das anscheinend auch nicht wirklich gewohnt scheint, ja, also der ist nicht oft zu Hause. Der Mads Mikkelsen wird den ein oder anderen Einsatz hinter sich haben schon, ja, also scheint ein Berufssoldat zu sein. Und dann diese unfassbare Nerd-Truppe, also angefangen vom Emmentaler, der ja mehr Schizophrenie besitzt als, ich glaube, keine Ahnung, also Wahnsinn, was der für Ticks und für eine Beklopptheit an den Tag legt. Herrlich, herrlich. Aber auch der Kumpel, dieser Lennart, ja, der sich da in irgendwelche Fitnessstudios einhackt und seine Mitgliedschaft verlängert, obwohl er nie hingeht. Und ich finde einfach da diese Tiefe der Person ist ab und zu gegeben, aber dann doch wieder nicht präsent genug. Und auch diese Zwists untereinander, die sich ja dann oft eher im Fahrzeug auftauchen, wenn der den einen vollquatscht. Ja, aber ich weiß nicht, mir hat da irgendwas gefehlt und vor allem einfach, weil der Film heißt Helden der Wahrscheinlichkeit. Also es geht ganz klar um diese mathematischen Berechnungen, es ist nichts Zufall, das geht definitiv verloren. Finde ich gar nicht so. Ich bin gerade am überlegen, wie ich das ausdruck, ohne zu spoilern. Ja, sonst sag ich erst mal. Ja, sag du mal, ich überlege nochmal drauf um. Also ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten, also stimmt, dass der Film nicht das Potenzial nutzt? Vor allem am Anfang macht er sich eigentlich teilweise schon über Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik schon lustig. Und muss auch sagen, in Verbindung mit Trauerbewältigung, was ja eigentlich so das Oberthema des Ganzen ist, steckt das für mich schon irgendwie in diesem Film drin. Also Thema Wahrscheinlichkeit, es taucht immer wieder auf, aber es zieht sich jetzt nicht so durch eben wie das Trauermotiv. Was ich daran aber sehr interessant finde und ich finde, dass dieser Film auch in der Hinsicht gut gerade in die Zeit passt, eben dieses, ja, Problem zu akzeptieren, dass eben nicht irgendwie alles vorherbestimmt ist, dass gewisse Sachen eben auf wahnsinnig dummen Zufällen basieren. Das passt, wie ich finde, einfach gerade sehr gut in die Zeit, jetzt unter Corona zum Beispiel auch. Also ich muss dazu sagen, für mich hatte das auch schon gerade am Anfang, wie die da irgendwie reden, so von wegen, ja, da steckt irgendwie, wer weiß was hinter. Und das kann ja nicht alles Zufall sein. Das hatte für mich tatsächlich schon leicht was von Verschwörungstheorien, die ja teilweise gerade sehr en vogue sind. Und da ist es halt auch so, es heißt an einer Stelle auch dieses von wegen, man möchte diese eine Person haben, auf die man seinen Wut und seinen Hass aufstauen und ihn dann rauslassen kann. Aber dann gibt es irgendwann diesen Punkt im Film, ohne jetzt zu spoilern, wo man halt wirklich merkt, vielleicht ist das doch alles gar nicht so einfach und man gibt sich dann eben dieser Illusion hin. Das ist ja auch durchaus sogar etwas, ein Motiv, was irgendwo habe ich mal gehört, Psychopathie leitet sich zum Beispiel daraus ab, dass man eine Gleichung hat, aber trotzdem jedes Mal ein anderes Ergebnis erwartet. Dass das wirklich schon so in diesen Wahn, diese Obsession einfach führen kann. Und das sah ich tatsächlich bei manchen Figuren auch. Das fand ich sehr interessant. Und wie gesagt, ich habe den Eindruck, dass dieser Film sehr gut in die Zeit passt, ohne dass es eigentlich direkt beabsichtigt ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat der Film gezogen durch Mads Mikkelsen und der hat mich auch beim Film gehalten. Ich finde gerade Mads Mikkelsen als absolut miserabler Vater, ein Top-Offizier und Top-Soldat, aber ein miserabler Vater, hat mich übelst überzeugt. Also Mads Mikkelsen war, fand ich, in dem Film absolut genial. Ja, die Rache-Szene war für mich jetzt, naja, die verpuffte so ein bisschen. Also das ist ganz klar nicht der Fokus des Films. Beziehungsweise er zeigt irgendwie auch natürlich, dass das Rache am Ende irgendwie auch eigentlich zu wenig führt, insbesondere wenn es dann hier halt so, sag ich mal, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, in eine falsche Richtung geht. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich Mads Mikkelsen jetzt nicht unbedingt als schlechten Vater empfunden habe, sondern eher, dass der halt so ein bisschen, ja, sich von seiner Tochter natürlich auch irgendwie entfremdet hat. Aber er hat trotzdem immer wieder versucht, so an sie ranzukommen. Also er ist nicht der Feinfühligste. Nee, 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 das ist aber irgendwie auch nachvollziehbar. Und es ist auch nachvollziehbar, dass in einigen Sequenzen halt wirklich durchkommt, dass er halt im Kriegsgebiet war. Also da ist er dann wirklich so im John Wick Schrägstrich Polar-Gedächtnismodus. Man könnte so ein bisschen sagen, das PDBS kommt durch, ne? Ja, definitiv. Darum geht's. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr draus machen können. Auf der anderen Seite finde ich es gut, dass der Film so diese, ja, halt die Thematik der Trauerbewältigung doch dann relativ so allgemein hält und nicht unbedingt jetzt auf den Kriegseinsatz bezieht. Das hat mir tatsächlich gefallen. Gab's ja auch schon oft genug. Genau. Vor allem finde ich es auch gut, dass der Film, wie gesagt, nochmal diese Rache-Thematik jetzt nicht abfrühstückt, aber auf keinen Fall so weit in den Vordergrund stellt, dass man jetzt hier irgendwie so einen 96-Hours-Verschnitt rausgemacht hätte. Wobei es, gegen Ende ist der Film deutlich bleihaltiger, als ich erwartet hatte. Sagen wir es mal so. Ja, man hat zwischendurch das Gefühl gehabt, er hätte das schon losgelassen, aber greift es dann nochmal auf. Was ich gerade noch sagen wollte zur Wahrscheinlichkeit. Ihr habt natürlich recht, am Anfang ist das ein größeres Thema als zwischendurch. Ich fand aber diesen Meta-Kommentar sehr schön, einem Soldaten das Ergebnis einer Berechnung zu geben und es wird nicht weiter hinterfragt. So, der Status quo wird erstmal aufgenommen und daran wird sich orientiert. Das war nicht ein sehr schönes Element, das man damit untergebracht hat. Also allgemein hatte ich das Gefühl, dass der Film auf anderen Ebenen noch viel mehr erzählt, die man sehen kann, wenn man möchte. Kannst du damit sagen, dass Soldaten etwa blind ohne zu hinterfragen folgen? Dass man dafür jetzt das Leitmotiv einer Soldaten genommen hat, ob man das hätte machen müssen, sei mal dahingestellt, aber dass Menschen das auf jeden Fall machen, ja. Ja, gut. Also würde jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt zwingend auf den Soldaten an sich bezogen wurde. Es ist ja jetzt kein Film, wie gesagt, das ist ja das Schöne, der Film, der widersteht ja der Versuchung, da irgendwie zu viel seine Kriegsvorgeschichte mit einzubeziehen. Das hat mir eigentlich sehr gefallen. Und den Soldaten schließen sich ja noch Leute an, es sind ja nicht nur Soldaten. Genau, richtig. Na, sagen wir es mal so, jeder Charakter hat seine Neurosen, ne? Ja. Ja, oh, definitiv. Und nicht zu wenige. Und das fand ich übrigens sehr, sehr schön. Also ich selber bin Softwareentwickler, dann diesen Otto Lennart und Emmentaler zu sehen, die natürlich eine Parodie auf das sind, was Leute sind, die Algorithmen schreiben. Aber natürlich habe ich viel aus meinem Arbeitsalltag wiedergefunden in diesen Personen. Wobei natürlich Emmentaler schon jeden Vogel abschießt. Absolut. Ja, der ist der heimliche Star. Das ist so der wirkliche Crack. Aber der Spannspieler, wunderbar. Also wenn man ihm gesagt hat, dass er das spielen soll, hat er das wunderbar getroffen. Der ist ja auch schon, den kennt man ja auch schon aus Adams Äpfel tatsächlich, ne? Ich glaube, ich muss mir den doch mal zur Gute führen, ne? Ja, ach Gott, ey, guck dir, die sind wirklich Kult und das auch wirklich zurecht. Ja. Andreas und ich haben wahrscheinlich da nochmal einen anderen Blick darauf. Also es ist ein guter Film tatsächlich. Der wird aber aus meiner Sicht nicht denselben Kultstatus wie zum Beispiel die Vorgänger bekommen. Was bei mir einfach damit zusammenhängt, dass manchmal so die Tonalität nicht stimmt. Also eben so die Vermischung der einzelnen Elemente. Und ich muss sagen, ich finde den Film zu lang. Zwei Stunden ist halt schon ein Wort, ne? Ja. Also ich denke, dass er an den Kinokassen so gesehen floppt ein Stück weit. Ja, ja, ja. Das deutsche Kino ist nicht bereit für dänische Filme oder für skandinavische Filme. Ich denke, dass das Thema einfach auch nicht jeden wirklich packen wird. Und ich weiß nicht, also ich fand den Film recht gut, aber hätte ich ihn mir angeschaut oder hätte ich ihn mir jetzt einfach aus so einer Videothek rausgenommen, aus so einer Videothek hier Netflix, Prime oder wie auch immer, ich glaube nicht, wenn so ein typischer Hollywood-Streifen irgendwo gewesen wäre, dann eher nein. Hätte ich ihn mir rausgesucht, wäre derzeit nichts gewesen. Bestimmt, ja, dann allein schon wegen Mads Mikkelsen, ja. Also er ist schon, denke ich, dieser Fang oder dieser Blickfang dann in dem ganzen Film, der eventuell doch noch den einen oder anderen dazu überreden könnte, den Film zu schauen. Die anderen, wie gesagt, ich kannte sie gar nicht. Es tut mir leid, ja. Ihr sagt ja, dass es die typische Besetzung bei Jensen ist. Ja, der Film hat mich aber auch irgendwie, ich weiß nicht, der hat mich irgendwann verloren im Laufe des Films. Vielleicht war es auch wirklich die Länge. Vielleicht sind einfach diese zwei Stunden echt ein bisschen too much. Ja, und dieser Humor ist natürlich auch nicht jedermanns Sache. Nicht einfach, ja. Das ist auch schon eine sehr eigene Handschrift, die hier einfach durchkommt. Ich glaube, das ist auch ein großes Problem dann an den Kinokassen. Ich meine, wer hat sich Bock, einen deprimierenden Film anzugucken über zwei Stunden, wenn daneben ein Suicide Squad läuft, wo ich halt einfach leicht unterhalten werde. Also das ist, glaube ich. Stimmt, der Film ist echt keine leichte Kost. Ja. Trotz, was man da sieht. Ja, was man vom Trailer her auch nicht denken würde, vom Trailer her ist ein bisschen wirklich so auf, ja fast schon Action getrimmt, hatte ich den Eindruck. Also ich hatte erst den Trailer gesehen, dann den Film und dann dachte ich mir so, okay, irgendwie ist das hier erstaunlich ruhig und gediegen an vielen Stellen. Wobei die Action-Szenen trotzdem nicht schlecht waren, aber ja, so ein bisschen, also diese Writers of Justice Story hat mich jetzt nicht so interessiert, aber das ist auch nicht das Herzstück des Films. Ich würde aber mal sagen, wir kommen zu einem Fazit, wenn ihr nichts mehr habt, dann würde ich sagen, ja, lassen wir mit dem relativen Newcomer den Vortritt. Andreas, Walte, deines Amtes, wie viel Wahrscheinlichkeiten? Eins bis fünf Wahrscheinlichkeiten. Da reden wir gleich nochmal drüber. Ich würde dem Ganzen vier von fünf Wahrscheinlichkeiten geben. Ich sagte schon, ich bin großer nordischer Filmfan und habe da genau das bekommen, was ich wollte, auch wenn er ein Ticken zu lang geworden ist und man bestimmt hätte 20 Minuten rausstreichen können. Boris, wie ist es bei dir? Ja, vier wäre mir zu viel. Ich gebe ihm aber gute zweieinhalb. Die Charaktere waren überzeugend, die Charaktere, es war viel Humor dabei, auch wenn nicht jeder Humor an mich rankam. Die Story wirklich war okay. Für mich hat am meisten einfach, und das muss ich leider wieder wiederholen, es ist einfach Mikkelsen, ja. Wäre der, glaube ich, nicht in dem Film, ich weiß nicht, ob ich ihn durchgeschaut hätte. Nee, also wirklich gute zweieinhalb Wahrscheinlichkeiten mit der Bitte, ihn das nächste Mal ein bisschen kürzer zu halten. Ja, in der Hinsicht kann ich mich anschließen. Ich sitze aber so mehr oder weniger zwischen euch. Ich gebe dreieinhalb von fünf Wahrscheinlichkeiten oder Wahrscheinlichkeitsrechnungen, auch egal. Ist ein guter Film, der jetzt nicht so den Kultstatus erreichen wird wie einige der Vorgänger. Es ist aber trotzdem ein Film, der sich wie so oft mehr um die Charaktere als jetzt um den eigentlichen Plot dreht. Das hat für mich funktioniert. An einigen Stellen war es vielleicht ein bisschen beliebig, was so die Skurrilitäten der Figuren angeht. Dennoch fand ich es interessant, dass dieser Film eine durchaus interessante Weise gerade in die jetzige Zeit passt und deshalb durchaus eine Empfehlung. Okay, dann würde ich sagen, wären wir soweit durch. Wir können natürlich nochmal durchkalkulieren, wie wahrscheinlich es ist, dass dieser Podcast hier überhaupt gehört wird oder ob der Film vielleicht doch ein Erfolg wird an den Kinokassen. Das wird sich zeigen. Boris, Andreas, ich danke euch recht herzlich. Danke dir auch. Gerne wieder, gerne nochmal in dieser Kombi und ja, viel Spaß im Dunkeln. Macht es gut. Ciao. 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 Am 19.06.2013 brach das Herz vieler Film- und Serienfans. James Jimmy Gandolfini starb im Alter von nur 51 Jahren in Rom. Nun schließt sich der Kreis, denn sein Sohn Michael Gandolfini spielt den jungen Tony Soprano im Prequel The Many Saints of Newark. Als Corona-Sopranos-Fan habe ich heute die Ehre, den guten Thilo zu interviewen, der ihn schon vorab sehen durfte. Ich grüße dich und euch natürlich auch daheim. Also Thilo, sprich, um was geht es denn in The Many Saints of Newark? Wie du ja schon erwähnt hast, ist es ein Prequel. Es ist ein zweistündiger Film und es erzählt ein bisschen die Vorgeschichte von diesem Mafia-Clan, den Sopranos, die wir alle kennen und lieben aus der langjährigen Fernsehserie. Und es spielt so in den 70er Jahren in New York und zeigt so eben die Jugendjahre vom Tony Soprano und seinen Weggefährten und Familienmitgliedern und erzählt im Grunde so, was vorher passiert ist, bevor wir wussten, dass Tony zur Psychiaterin gehen muss. Die allererste Frage, die mir persönlich auf den Nägeln brennt. Wie schlägt sich Michael Gandolfini als junger Tony? Das ist sehr witzig, weil zuerst sieht er ihm jetzt nicht so wahnsinnig ähnlich. Sie haben ihm auch so lange Haare verpasst, so wie man es halt in den 70ern damals getragen hat und die Klamotten und da erkennt man den Tony erst so gar nicht. Aber dann kommen tatsächlich ein paar Szenen, wo er dann mit seiner Mutter am Küchentisch spricht und da schimmert plötzlich der Tony so durch, wie ihn sein Vater damals original dargestellt hat, so wie er spricht, was er für Worte benutzt. Seine Gestik, seine Mimik, also das macht er ganz toll. Wobei man leider auch sagen muss, in dem Film hat dieser Michael Gandolfini als der junge Tony Soprano leider fast ein bisschen zu wenig Airtime. Er kommt gar nicht so häufig vor, wie man es jetzt meinen mag, wenn man hört, worum es in dem Film geht. David Chase und Alan Taylor führt ja Regie, beides auch Sopranos, also gut, David Chase hat es ja geschrieben, aber Alan Taylor hat ja auch schon mehrere Folgen inszeniert. Ist der Film eine Art lange Folge oder ist er schon so wie eine Art, also schon auf Kino getrennt? Es ist durchaus eher wie eine lange zweistündige Sopranos-Folge, die halt in den 70ern spielt. Das muss ja nicht unbedingt schlecht sein, im Gegenteil. Ich meine, die Messlatte ist ja sehr hoch gelegt. Sopranos war ja so ein bisschen auch der Urknall der Golden Age of Television. Man hat Fernsehen in dieser Art, in dieser Qualität vorher eigentlich noch kaum gesehen und da reiht sich das dann schön ein. Der Film hat jetzt nicht so eine stringente, klassische Handlung, wie man es in einem Kinofilm gewohnt ist, sondern ja, wie gesagt, er, ich will nicht sagen, plätschert so dahin, weil es passiert auch schon recht viel, aber es ist jetzt nicht so eine klassische Handlung, sondern ja, es ist eben wie so eine längere Folge von uns ja so geliebten Sopranos, die halt in einer anderen Zeitepoche spielt. Okay, ja, die nächste Frage ist es, ist es ein gutes Standalone? Oder ist es eine gute Ergänzung zur Serie und natürlich, war das nötig? Es ist kein Standalone, also meiner bescheidenen Meinung nach. Der Film sollte eigentlich nur von Soprano-Fans geschaut werden, weil er als alleinstehender Film nicht so wirklich funktioniert. Du hast auch am Anfang, um mal ein bisschen Insiderwissen zu geben, am Anfang wird das Ganze narratiert von einem Offsprecher und zwar dem toten Christopher. Christopher, den kennen wir, das ist glaube ich der Cousin vom Tony gewesen, wenn ich die Familienverhältnisse nochmal richtig in Erinnerung hatte. Und wir wissen ja alle, wer den umgebracht hat und so, ohne zu spoilern, aber ich meine die Soprano-Fans wissen es ja eh. Und dann sieht man natürlich auch die ganzen Leute wie Onkel June und Sal, wie sie halt noch alle relativ jung sind. Und wenn man die jetzt nicht kennt aus den Sopranos, hat man halt nur halb so viel Spaß. Man kann den Film bestimmt auch anschauen, wenn man keine Folge Sopranos gesehen hat, vielleicht auch als Appetizer, um die Serie dann endlich mal anzuschauen im Marathon. Kann man natürlich machen, aber es gehört schon zusammen. So als Standalone sehe ich den Film jetzt nicht. Es ist so ähnlich wie bei Breaking Bad und El Camino. Ja, so sind mir tatsächlich auch schon die Fragen eigentlich ausgegangen. Gibt es noch irgendwas, auf was du hinweisen möchtest? Ja, der Film hat eine FSK 16er Freigabe. Die ist auch völlig gerechtfertigt. Und ja, was soll man sagen? Die Schauspieler sind teilweise auch sehr toll ausgewählt. Da haben wir John Bernthal, den wir aus The Walking Dead vielleicht noch kennen. Und er nennt eben den Gandolfini-Spross. Die machen das alle schon sehr gut. Und die Ausstattung ist natürlich auch ganz toll. Du fühlst dich so in die 70er wirklich so ein bisschen zurückversetzt. Man muss dazu sagen, auch ein großer, wichtiger Handlungsteil ist die damaligen Rassenunruhen, die damals herrschen. Da wurden ja einige Straßenzüge brandgesteckt von der schwarzen Community, die eben drangsaliert wurden und mit Polizeigewalt und Brutalität zu tun hatten. Und das Ganze spielt da auch so eine nicht kleine Rolle in dem Film. Also da kommt auch so dieses Rassenthema wieder rein, was jetzt ja irgendwie heutzutage auch irgendwie in jedem Film und jeder Serie drin sein muss. Was aber in dem Fall natürlich auch völlig Sinn macht, weil es einfach diese Zeit war. Genau, damit eigentlich alles gesagt. Wenn ihr Soprano-Fans seid, ist es eigentlich ein Muss. Dann muss man das eigentlich schon mitnehmen. Wenn nicht oder ihr es noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr das eben als Anlass nehmen, damit anzufangen. Oder wenn ihr mit Sopranos jetzt gar nichts anfangen konntet, solltet ihr vielleicht von dem Film auch die Finger lassen. Das klang schon fast wie ein Fazit. Stimmt eigentlich. Aber ich kann ja auch noch gerne natürlich eine kleine Bewertung abgeben. Wenn ich von möglichen fünf Schlaghosen eine Bewertung geben soll, dann würde ich dem Film vielleicht vier geben. Allerdings eben als Sopranos-Fan. Wenn man das eben nicht ist, dann muss man objektiver rangehen und dann wären es vielleicht höchstens 2,5 bis 3. Okay. Ich als Sopranos-Fan bin auf jeden Fall schon mal heiß. Wenn du das bist, dann freu dich drauf. Ich glaube, dann wird es dir auch gefallen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich auch. Gut, dann wär's das. Alles klar. Dann bedanke ich mich für deine tollen Fragen. Und bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Servus. Hallo und piep piep. Wir haben uns alle lieb. Hier ist eine weitere Besprechung und zwar die zum neuen Netflix-Highlight. Der Vogel im Original, The Starling. Und ja, Starling, Clarence Starling. Wer wird da in einer Reihe mitgenannt? Natürlich, derst du. Hallo. Hallo. Sehr schön. Es war eine fast schon von mir geplante Ein- und Überleitung zu diesem Film von, ich weiß gar nicht, wie der Regisseur heißt, ich weiß nur, dass Melissa McCarthy mitspielt, Kevin Klein, mal wieder in einer Rolle, in der er sehr alt ist und ein Drittel von The IT Crowd, nämlich Chris O'Dowd, was mich sehr gefreut hat. Aber mehr als den Trailer habe ich nicht gesehen. Deswegen, für alles andere bist du zuständig. Gut, da will ich mal. Der Film heißt, wie gesagt, Der Vogel im Deutschen, kommt bei Netflix exklusiv. Und ich weiß, was jetzt viele denken. Die denken, oh mein Gott, Melissa McCarthy rettet sich, wer kann. Wir haben ja vielleicht alle noch so diesen Thunder Force im Gedächtnis, der ja wirklich nicht besonders gut war. Aber Der Vogel ist jetzt keine Komödie, es ist mehr ein Drama. Es erzählt die Geschichte vom Ehepaar Lilly und Jack, Melissa McCarthy und Chris O'Dowd, die zu Beginn des Films glückliche Eltern eines kleinen Babys sind. Doch dann kommt der Vorspann. Und weißt, Vorspender können grausam sein, brutal, denn nach dem Vorspann sind sie beiden alleine. Das heißt, das Kind ist leider gestorben, an plötzlichem Kindstod. Und während Lilly das Ganze versucht mit Optimismus irgendwie zu verarbeiten, macht Jack es anders und geht in eine psychiatrische Klinik, um sich dort Hilfe zu holen. Und Lilly besucht ihn einmal in der Woche. Und irgendwie kommen die beide nicht so richtig wieder zusammen. Und dieser Tod der Tochter steht immer so zwischen ihnen. Und dann erhält Lilly den Rat, sie soll mal zu einem Tierarzt gehen. Dr. Larry, gespielt von Kevin Klein, der früher wohl auch einmal Psychiater war. Ja, er hilft ihr so ein bisschen. Wer ihr aber wirklich hilft, ist ein Vogel, ein Star, der in ihrem Garten nistet und sie andauernd attackiert. Und für Lilly wird es dann zur Lebensaufgabe fast schon, diesen Vogel loszuwerden. Und das alles verbindet sich dann mit Tragikomik, ein paar Tränen und vielleicht einem Happy End. Ich sehe gerade, der Macher des Films ist auch für St. Vincent verantwortlich. Der ist ja auch eher so ein bisschen, keine Ahnung, so eine Schluffi-Komik, so dieses Bill Murray-mäßige. Kann man das irgendwie als Vergleich ranziehen? Also man kann es in der Hinsicht als Vergleich ranziehen, wenn man halt Leuten zeigen möchte, seht mal, Melissa McCarthy kann mehr als diese Blödel-Queen zu sein, die vielen, unter anderem auch mir, damit gehöre, ob die Nerven geht, die meiste Zeit, wenn sie diesen Komödie mitspielt. Aber St. Vincent, finde ich, ist da noch eine Liga höher als der Vogel, weil es ist halt, wie du schon sagst, so eine Schluffi-Komödie, die auch von den Charakteren lebt, die sich auch so ein bisschen traut, outside the box zu denken, sage ich mal. Und das ist der Vogel halt eben nicht. Das ist eine Tragikomödie, wo die Tragik höher angesiedelt ist als die Komödie. Es gibt hier ein paar durchaus ganz amüsante Szenen. Aber in erster Linie würde ich schon sagen, ist der Vogel wirklich ein richtiges Drama. Und leider Gottes auch eines von diesen Dramen, die ganz oft versucht, so die Tränendrüse so mit allem Möglichen zu malträtieren, sodass so nur ein bisschen Salzwasser austritt. Es gab Momente in dem Film, nur ein paar, nur ein paar, aber es gab Momente in dem Film, da hat er mich wirklich erinnert an diese Esoterik-Christen-Emo-Filme. Hier, wie hießen sie? The Secret und wie sie nicht alle heißen. Nicht falsch verstehen, ich finde, der Vogel ist kein schlechter Film, auch kein guter, aber er hat halt wirklich so Momente, wo er mir einfach zu penetrant ist. Aber das verheimlicht er im Trailer überhaupt nicht, finde ich. Also ich finde, wenn man den Trailer irgendwie so ansieht, merkt man, okay, da spielen zwei Comedians die Hauptrolle in einem etwas dramatischen Film. Und du hast halt dann Kevin Klein, der, finde ich, irgendwie am interessantesten wirkt von diesen ganzen Charakteren, weil er wahrscheinlich die interessanteste Background-Story hat. Weiß ich nicht, das kannst du mir jetzt dann auch sagen, wie es mit dem ist. Also ich sag mal so, was der Film gut macht, ist, dass die Hauptfiguren wirklich, ich weiß, dieses Wort wird ein bisschen sehr inflationär benutzt, aber die wirken schon authentisch, die Hauptfiguren, die beiden Hauptfiguren. Kevin Kleins Figur wirkt hingegen, auch so, weil diese Geschichte so seltsam ist, weißt du, vom Psychiater, der dann umschult zum Tierarzt, wirkt dann schon ein bisschen seltsam, vor allem, weil er seine Weisheiten gegen Trauer oder für Trauerbewältigung auch gerne mal von sich gibt, während er einen Hund kastriert. Da versucht der Film so, glaube ich, den Spagat zwischen absurd komisch und halt wirklich tränenreich traurig zusammenzumachen, aber es schafft er nicht, es schafft er leider nicht. Wobei Kevin Klein ist ein großartiger Schauspieler, der in den letzten Jahren auch irgendwie nicht so häufig zu sehen war, leider. Ich war ein bisschen überrascht, weil er schon sehr ergraut daherkommt. Ist wahrscheinlich seine Natur Haarfarbe. Haarfarbe? Keine Ahnung. Ist ja schon länger im Geschäft. So, jetzt fällt mir tatsächlich nichts Großartiges mehr ein, was ich dich fragen könnte. Deswegen hast du jetzt mal einen Freischuss. Auf der Skala von, gehen wir mal zu Hillbilly Elegy. Wie viel Oscar will dieser Film gewinnen? Ich habe gelesen, dass das Drehbuch 18 Jahre im Umlauf war in Hollywood. Das ist doch eine schöne Anekdote. Und der Autor hat, glaube ich, auch davor und danach nichts mehr so richtig Großes gemacht. Und irgendwie wirkt der Film schon wie so ein Film, der wurde mal in Auftrag gegeben von irgendeinem Studio, die sich gedacht haben, komm, der könnte mal vielleicht bei irgendeiner Awards Season was bringen. Und dass sie dann im Produktionsprozess gemerkt haben, nö, wahrscheinlich doch nicht. Und ihn dann an ein kleineres Studio oder halt eben jetzt Netflix, wo er halt eben weltweit seit dem 23. Oktober zu sehen ist, nee, 24. Oktober zu sehen ist, abgegeben haben. Und ganz ehrlich, wer auf so Tränenzieherfilme steht und nicht schon komplett kreidebleich wird, wenn er den Namen Lisa McCarthy hört, der hat mit dem Film wahrscheinlich auch eine gute Zeit. Denn er ist jetzt auch nicht richtig kacke. Das auf gar keinen Fall. Dafür hat er zu viele schöne Momente. Und wie schon gesagt, ich finde die beiden Hauptfiguren, ich nehme denen die Trauer auch wirklich ab. Okay, was man vielleicht auch noch kritisieren kann, ist, dass dieser Alltag von Jack in dieser Klinik schon auch sehr Hollywood-desk ist. Ja, also die Pfleger haben alle ein offenes Ohr. Und die Ärzte sind auch immer total nett. Und jeder, der schon mal in der psychiatrischen Klinik war, ob jetzt als Patient oder Besucher, der wird wissen, das sieht da ein bisschen anders aus. Also jetzt nicht, dass es irgendwie aussieht wie Blackwood Castle oder so bei der Wichser. Und es ist auch bestimmt nicht einer Flock mit das Kuckucksnest. Das auch nicht. Aber diese Art der psychiatrischen Behandlung, die hier gezeigt wird in der Vogel, ist halt schon eine akkromatisierte. Ja, das ist ja eher wie, keine Ahnung, so Country Club für psychisch Kranke. Ohne, dass ich jetzt den Film gesehen habe. Hey, drei Szenen im Trailer. Die haben dann immer viel Auslauf und ein großer Ding. Aber das ist doch immer so, dann haben sie so riesige Gärten. Also ich meine, man weiß ja, dann gibt es Heckenlabyrinthe oder sonstige Geschichten, wo sie sich dann immer treffen und ihre schwer tragischen Gespräche miteinander führen. Das meinst du wahrscheinlich mit Hollywood-desk. Ja, genau, wo man das Gefühl hat, so okay, und gleich gehen sie raus in den Garten, wo die Spaßrutsche steht. Das Trampolin und die Hüpfburg. Ja, dann kommt ums Eck Jack Nicholson und ist erfroren. Blöd. Kommen wir zum Fazit. Lieberst du, ob du Punkte richtig zählst, sag ich, wenn das Licht angeht. Ich gebe zwei von fünf. Wenn ihr Fans von so Tränen, Brüsen, Druckerfilmen seid, dann be my guest, dann könntet ihr damit wirklich Spaß haben. Ich für meinen Teil fand es einfach teilweise zu kitschig und zu gewollt. Nichtsdestotrotz hat der Film Stärken. Die sind vor allem in der Besetzung zu finden. An und für sich kein schlechter Film oder zumindest kein Film, dem ich irgendwie böse bin. Aber es war nicht meins. Und damit wäre mein Fazit hiermit gefällt. Okay, dann bedanke ich mich für deine, ich nenne es jetzt mal ein bisschen Warnung, weil es hätte nämlich tatsächlich sein können, dass der Film vielleicht irgendwie über meine Augen gerutscht wäre. Macht er jetzt wahrscheinlich dann doch eher nicht. Mal gucken. So, ja, ist ja schon spät. Dann gehen wir jetzt ins Bett beide. Ja. Lieberst du, vielen Dank. Wir hören uns dann die Tage wieder. Late Night, Bitches, Late Night. Und euch, liebe ZuhörerInnen, werde ich sicher auch irgendwann mal wieder belästigen. Von dem her, Ohren auf beim Eierkauf. Tschö. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.